aber jetzt hab ich an jo leute und damit willkommen zu einer neuen pvp-runde mit den flash-shooter joo mit centos und meine sounds sind einfach so laut und diesmal zocken wir auf den mineplex server da wollten wir dragon escape zocken kommste? ja ja ich bin da ich glaub ich wollt sagen den mit ja toll du hast mir nicht gesagt welchen server hab ich doch noch gar nicht hm den ja hast du? ich weiß nicht wie ich draufkomme wie soll ich da drauf kommen keine ahnung ach wahrscheinlich geht das gar nicht wahrscheinlich gehen nur die anderen hier oder? die unteren gehen höchstens vielleicht aber mach mal auf server 2 komm ich nicht drauf wie? einfach nur aufklicken hab ich doch selbst wenn ich auf server 1 bin ich jetzt ja ja warte mal warte mal warte mal nochmal server einzukommen bye spieler sind noch frei ich glaub ich bin grad auch schon auf dem fight schon weil mich jemand gehauen hat den das werde ich je rausschneiden ja du bist da ja du bist da jetzt bin ich da behind you was haben wir denn hier ach Jumper gibt's noch so hi ja du musst du Jumper auswählen ja 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 okay jump out ist das hier wird das getrolle los hier wir müssen aber los ganz schnell los ne ja ich sehs ich hab jetzt schon kaputt ich sterbe ja ich bin tot wir sterben wir sterben wir sterben ja okay ich bin tot ok warte mal packst du grad mit nem Shader ne ja oder mild auf die Fall mein heute habe ich grad ganz kapiert wie das geht wollen wir gleich in das nächste gehen ja ja wir gehen gleich ins nächste fail ja das war fail aber egal wir können das noch nicht welchen haben wir denn hier ich wollte sagen es ist schon da jetzt okay okay neue runde neues glück was haben wir denn hier noch mit dem scharf